ja mal einfach rauskicken ja 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 weiß ich ja 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 der ist rucki zucki ist er raus so eine einladung hatte ich schicke noch mal raus so jetzt also bei mir kommt noch wasser jens neben mir ist noch nichts da aber ich habe ja ja aber ein geburt an klubigglieder ach du bist ja 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 mach mal mach mal so jetzt nein nein nimmst du auch an ja ich bestelle mir mein auto das haben sie mir wieder zerstört das war klar mal schauen wenn die ersten zuschauer wenn ich zuschauen ich kann dir auch abholen ich stehe gerade hier ach so da ja dann feiker mal mit dir ja die post ist da die post ist da und wenn der postmann zwei mal klingelt oder was hast du mal was getan da was ich dir sagte da gucke ich nachher gleich rein weil ich bin so gerade nicht hier du weißt was ich meine ne ja 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 ne ich hebe das denn noch an wirst du ja was die kiste dann irgendwann wieder läuft weiß was ich meine ja 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 ich glaube ich kann mache die 경우 ja jetzt wahrscheinlich kaufe ich mir eine der playstation 3 nochmal ich kann eine kriegen mit zwei pads mit gta bei für 50 euro Ich hab das Angebot hier gekriegt PS4 mit zwei Spiele, da war Mafia 3 dabei und vorbei für 150 ja das war gut er fährt mir um ja lange hast du gesehen wir haben einen neuen crewmitglied ja ja alex erst der topste bitte habe ich das so ein bisschen das zock das am morgen er hat er erst in allgemein reingehoben wer ihm jemand helfen könnte er war in der crew drin die wir aber sagt er da läuft gar nichts mehr da hilfbanden und sich untereinander nicht und sowas oder so für ich sag dann hast du eine falsche crew habe ich ihm gesagt ich sag bei uns läuft immer irgendwas ich sag ja ich sag ja man kommt einfach zu uns aber die crew kannte ich gar nicht das war irgendwie so eine komische fbi gruppe oder was keine ahnung ist auch schön das war ein schönes abzeichen ja auch motorräder motorräder sind mal gut ja ich hab 4,9 4,8 habe ich jetzt mehr und der ist ein ganz guter glaube ich hab da erst ein bisschen mit ihm gezockt also der reißt ganz schön was weg also 15 jahre der bengel er kann schon was auf dem kehrpuls so braucht man immer da habe ich den das insofern erklärt werden wir in den teigasse ja und er ist vom sturm sage ich meine die haben ja schon wieder ein von uns mit rüber genommen ich bin mir jetzt mal ehrlich sei zufrieden damit die zehnjährigen und so alle verschwinden ich erinnere dir an die zeit wo du zu mir gesagt hast wo der reine crew aufgemacht hat 18 plus das ist ja damit quasi auch von verstanden aber wo die ersten zehn und zwölf mir drin waren die da unten nach ihm geladen hat du kannst du schwindeln mit den leuten das funktioniert nicht ich habe eins der hier noch drin ist ist der odin der odin der ist ganz in ordnung mit den kannst du ein bisschen zocken der ist auch ein guter so weißt du zuverlässig vor allen dingen wenn crew treffen ist ist er immer da ja und dann gibt es noch einen beiden das ist der mit den hast du auch schon gezogen gezogen ist der prime ja ja ich schicke der einladung richtig sehr ich bin nicht mal im spiel drin ja aber dann fragen wir aber dann denken die auch vielleicht kommt er ja doch mal rüber auf ich mache das ja auch wenn ich die irgendwo sehr und ich bin alleine da schicke ich dir auch einfach eine einladung mal ob es darüber kommt ja sie ist ja ganz alleine hier was muss was auch gemacht wieder okay ja ja so kann man es auch machen ja natürlich ja wir haben auf jeden fall ja dann hat er gesagt aber so und so ich sag dann kommen wir rüber haben uns unterhalten hat sie auch ganz vernünftig angehört und doch okay ich habe mir also sage ich so eine mit ihm und da ist ein ganz lieber fand ich also und wo ich gesagt habe okay das könnte was werden dass die ganze nötig an aber wie gesagt kommen wir eine bockers dann kommen rüber und alles wird gut hat ihn ja schon mit netzten Ich müsste jetzt unten Kokain machen, das ist unten am Hafen, da unten, irgendwo da unten am Hafen, Flughafen, da unten, in der Ecke, weiße, in der Mitte, von der Karte in der Mitte, ja, da unten musst du hin, wo der Baypoint jetzt ist, ja, in den Lillaland. Nein, 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 beruhig dich, du weißt ja, sonst hab ich immer die längste. Was war das schon Stunt, Alter? Nee, den haben wir auch noch nicht gemacht. Alter, kennst du so, wenn die Balancierer in meinem Zirkus das von der Seite irgendwie da laufen und sich drehen? So ein Rad habe ich gerade gemacht, ey, das sah geil aus. Mit dem Motorrad hängengeblieben und dann über der Straße ein Rad gemacht. Jetzt habe ich den jetzt schon wieder nur, ich habe fünf, fünf Kilometer von mir. Ja, ganz oben hat er mich hingeführt. Hä? Ach, ja. Wo bist denn du? Er ist, äh, Lillaland ist schon auf dem Heide, ja, also er hat nur noch am Fahrer. Okay. Nee, um dich gerade voll zu machen, um so gut zu kommen. Jetzt, guck mal, wie schnell ich unterwegs bin. sie ist auf der karte aber wenn man selbst der kuruma ist auch für drei so schnell ne aber ein ja und das haben so richtig kacke gemacht aber die sind der ja kennst du noch den dj jens ja der liebe der kommt auch jetzt zu weihnachten über nach uns hier ja so weihnachten kriegte eine mit dem spiel er auch sehr gerne ja jetzt kann ich den punkt setzen aber du bist ja schon fast da äh online spieler ach ich bin der da ok als wir können auch rauskannen wir fangen mit den 23 fang ich an ach klar ok ja so ja 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 was machst du auf wem bist du gegangen den 3 20 okay alles klar okay den kann ich gar nicht rausschmeißen ach so da ich 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 alter was ist denn hier warum kommen die nicht in die Autos hier 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 Ich bin gleich da im Moment. Göni, warte mal. Der Erste ist weg. Löt von den Zweier. Ach, ein Zweier ist das und ein anderer. Ja, das Problem ist, wenn du jetzt mehrere Fahrzeuge hast, ein steht still. Weißt du? Ja. Vielleicht haben wir auch nur Boote wieder oder irgendwas. Mal gucken, ob da irgendjemand umliegt. Oh, klingelt den Moment. Bin wir wieder da? Ja. Nein, nein, nein. Ich habe eigentlich an der Einladung geschickt. Hör mal, wer hat denn gestern den Glitcher gefunden? Oder unengentlich, äh, wahrer Hass. Der Piet. Oh, wie geht das? Brauchst du es nicht mal kaufen oder was? Läuft alles automatisch oder was? Äh. Hä? So. Okay. Jetzt wieder da? Ja, ja, ja. Ich bin da. Ist nur noch der Zweier drin, Göni. Äh. Der Zweier? Lad den mal ein. Lad den ein. Vielleicht will er arbeiten. Meinst du? Mh. Ist der 138er. Ähm. Der ist aber auf Wasser ist der. Nee, warte mal, hier kommen ja noch mehr. Ich schicke ein paar Einladungen raus, Genie. Wirst du sehen. Ob eine Einladung annimmt. Ne. Ich habe jetzt einfach in der Nähe gedrückt. Na, in der Nähe das wird nicht. Weil in der Nähe das wird nicht. Ich habe jetzt auch in der Nähe, weil in der Nähe sind die nicht. Freunde, so Mitglieder. Ach so, Spieler. Ich habe einfach alle drei da unten drauf gedrückt. Pia? Da. Wider oder. Dann siehst du, der Ende ist sogar beigetragen. Ja, 138er. Ja, 138er. Ich habe jetzt auch in der Nähe, weil in der Nähe sind die nicht. Ja, so gut. Dann starte und starte den Verkaufschwingen. Dann kann er die Ware nicht zerstören, ne? Ja, ja. Ach so. Nee, nee. Ich hatte ja erst gerade gewartet. Naja. Denn Feuer frei. Feuer frei. Lass knacken. Lass knacken. Dann gibt's denen jetzt ein bisschen Kohle wieder. Nein, der ist sogar schon hier. Ah, der ist gut, damit er gerade mit uns vorab kommt. Ja, das ist gut, ne? Komm mal wieder runter. Ey, nee. Nicht aussteigen. Nee, ist rein. Ja. Der soll uns ja mitnehmen. Ah, der hat abgeschlossen. Ah, jetzt. Jetzt können wir einsteigen. Ja, guck ja, wie wir sehen, um die schnapsvollen Reisen da hinten gemacht. Ist ja unglaublich. Ein Boot oder was? Ja. Ist bloß eh ins. Oder? Wo sind die denn? Alter, die stehen am Arsch der Welt, ey. Wollte ich gerade sagen. Da kommst du ja noch nicht mal raus. Na doch. Unten die schmale Gasse. Ach ja, da. Richtung Militärbasis. Ach ja, jo, jo, jo. Oh, scheiß kleine Gasse da, wa? Ja. Oben ist eine. Unten ist eine. Ähm. Nach rechts geht da eine. Doch. Nee. Die endet da. Geht nur links raus. Immer oben und immer ein Stück weiter unten. Ja. Die Gasse. Lanai. Hol dir mal bei uns in eine Party rein. Geht. Na ja, Mensch, das muss nicht mehr zu gehen. Jens, schönen Gruß an dein Frauchen. Schönen Gruß an mein, an mein Frauchen. Ja. Ich musste erstmal vorher nachfragen, ob sowas da ging. Fledermäuschen. Fledermäuschen. Dankeschön. Jens, ich hab gestern meine Frau gesagt, ne? Ja. Ich sag, auf einmal sag ich so, auf einmal grüßt mich jemand, ne? Mhm. Ich sag so, ich denk... Okay, ja, ist ja egal. Hauptsache, mach diese Scheiße mit. Hauptsache, mach das nicht. Auf einmal sag ich so zu meiner Frau, da hat mich auf einmal eine Frau gegrüßt, ne? Mhm. Ich sag, weißt du, wer das war? Nun, sie guckte schon so, weißt du? Ich sag, da war Jens deine Frau. Oh, ey, den Schussflug. Yay, der Erste springt. Wer ist noch mal ausgesprungen? Ich hoch. Und ich hoch. Und Bauchklatscher. Baut, alter, ey, ich hab bei jetzt nicht Fallschirm zu ziehen. Ich hab' das sogar überlebt. Wo wissen du? Wir kommen von einer anderen Seite. Also, ich hab' schon ein Boot. Du bist das, du hast das ganz linke, ne? Äh, rechts. Mathe, warte, ich fang mit dir. Wieso? Er macht doch Wache mit nem Hubschrauber. Hä? Juni. Schnapp dir ein Boot. Langfeuer frei. Halt die Kiste über der Kiste, ja. Halt die Kiste. Oh, in 20 Sekunden schaff' ich nicht mehr. Glocke, Wohnt. Ja. Glocke, Glocke. Oh. Zwillinge ein Streitlimit. Jja, 25 Min. aber... 25,40 Sekunden. Nice. Ich hab das Ganze... Oh er hier mit dem Mikro, man der ist Mütig. Der ist hier Alter. Der kam grad unten. Nur wenn du eine ordentliche Welle springst, dann hoffst du mit dem Rotorwind. Ich hab vorhin, weil ich die Arbeit hatte, hat man eine Übertragung gestartet. Das war nicht so ein Pixelverkehr wie beim ersten Mal gewesen. Und jetzt will ich mal gucken, ich bin hier für 23 Minuten durch das Online. Dann guck ich mir das gleich mal an. Jens? Alter! Im Frühjahr! Günni? Wenn du hier langfahrt, pass auf, wie geht das an diversen Stellen ganz schön bergab? Ich weiß, ich weiß. Ich fahr hinter Lalei hinterher, aber ich würde keinen im Runde den Wind schatten. Ey, ich mach auch wirklich den Scheiß, den er baut, Alter. Nein, nein! Er fährt über das Land. Er fährt über das Land, was mach ich? Ich fahr über das Land. Nein, nicht bremsen! Wer Brems verliert, das weißt du doch. Wenn Günni jetzt von hinten kommt der Ramp. Der Ramp. Ich bin schön vorbeigekommen. Boah! Wow! Küst die Springer, Alter! Das ist doch die Fluchthrute vom Platz für die Springer. Ja! Alter, ich fahr über Land. Äh, vorsichtig, wenn ihr hier lang gebraten kommt. Ich hab mich quergestellt. Kommst du dann immer weg, oder was? Doch, doch, doch. Ich bin wieder on Tour. Weißt du, wer noch on kommt? Der Nico! Der andere Modder. Ah! Weißt du? Wo wir uns auch mal am Strand getroffen haben. Und wir drei, weißt du noch? Ja. Der kommt auch jetzt on. Naja. Der ist auch schon schlecht. Das läuft doch. So. Ich hab noch zwei. Also Sascha kommt erstmal voll auf mich an. Habt ihr auch gehört, ne? Warum bitte? Weil der ist doch im Umzug. Ach so. Der kann in seine neuen Wohnung noch nicht rein. Der muss da erst diesen, ähm, der hat einen Holzwurm. Ja. Und zu seinem Boden ist vom Holzwurm gefallen. Mhm. Und da kommt jetzt erstmal der ganze Boden raus. Jetzt muss er, hat er schon alles drüber gebracht und kann er aber noch nicht einziehen. Ja. Der hat auch, der hat es auch gerade nicht leicht, ey. Ja. Ja. Ich bin ruhig. Ach so. Ich hab auch noch einen. Ich hab die letzten, den letzten Ring sehe ich vor mir. Äh. Wir haben versucht ja sagen heute, ich hab eigentlich voll gehabt. Ich hab meine meine Frau mal gesprochen. Wenn mein Auto bis dahin noch hält, dann komm ich mal mit dir hoch. Echt mal. Hä? Das ist aber mausig. Gut, ich mach mal, äh, die Übertragung mach ich mal dichter. Und dann guck ich mir das nachher mal an. Ja. 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 Ja.